Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Anno. Nachdem wir letztes Mal so die falsche Verrufbarkeit gesucht haben, habe ich mir überlegt, nehmen wir diese und diese kleine Insel hier. Die hat mir schon so gut gefallen. Dann nehmen wir die ein. Dann haben wir hier ein paar Probleme. Die wollen Bürger. Spiriosen sind alle. Gucken wir mal, dass wir uns nicht kriegen. Meine werden die eh alles umziehen. Um die Insel zu beziehen, können wir uns eigentlich auch mal eine Werft bauen, habe ich gesehen. Was denn hier? Militärschiffe ist nicht. Ich will da ja guten Logistikschiffe. Mit Beton. in die Regierung. Wenn ich wieder nichts zahlen Kann, schmeißt mich der Vermieter raus. boy Super schön Ich hatte es so gesehen Ich bin ja nicht Schmack Ich bin schon Obwohl ich nicht Okay. In unserem viertel leben die leute bloß von der hand in den mund auch für das alle Das passiert ohne eine schiff Wormer fisch singen würde ich auch mal sagen wir laden das schiff mal genau gut abfahrt im mini net in mini puls ins land hier haben so jetzt brauchen wir position auf war das ist wichtig wird die rosen ach mal hier mal gucken was das in ordner für mich hat oder 1 im promenet das aufplan braun und spielri die oßen noch mal was wünschen kriegen mal gucken ich habe immer die hier für die die oßen baum und hier baum hier drüben das unterste das lag außen so und ob man das ich weiß wir brauchen das jetzt hier ganz ordnungsgemäß hin das kaffee was was ist denn die furchtbarkeit im spiel was ist denn das noch mal wenn du die furchtbarkeit reis sie bedürfen nach getränke reis braucht das hier muss man muss eine kleine mini tun und und nehmen wir uns in die Reis ich mach mal die hier oben warum die erstmal voll und das geht leider nicht dann bauen wir hier aber bauzellen an weil das muss ich unbedingt auf der hauptinsel sein das muss ja auch da sein füllen auch hier zu vielen mal beseit passen misst mal gucken mal gucken wie man es ist am besten hinkriegen da muss ein Punkt so dann kommt hier ein Weg ein Teil Lagerhaus Achtung Produktionsstillstand und hartwurst aber ich weiß ich bin zwar das baupläne weil die hier super hinpassen hier meine passheit hier bitte einmal ausschalten so kohle einzelne brauchen einmal ein kohlekraftwerk komplett um ein bisschen energie zu kriegen punkt muss müssen umdreht und das das ist sein nur gucken das ist ein anderes zu sein das ist daran Wie kann man das? So sieht das dann besser aus. Ich schiebe mal jetzt ganz schnell nach Energie, wenn ich mir was anzuweisen tun. Genau, von mir ist nur was ausgedacht. Warte mal. Wenn man da, der hier muss leider ein bisschen höher sein. Oh, da ist man nur ein Kraftwerk. Hm, wo geht das? Hm. 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 Ich weiß, was alles leise ist. Und ich habe was in Graf erkennt. So. So. Dann nehmen wir noch das. Was haben wir denn da? Hm, das sieht... Das hat das zum Besser an. Haben wir die Überlandstücke. Registriebe Verschlechterung der Ökobilanz. Das ist mir grad egal. Ja, nochmal alles ausschalten hier. Ökobilanz. Werte steigen. Guck mal. Guck mal. Benöt. Wir sind benötet. Das sind jetzt fünf. Und wie ich erzähle mir von der Maschine... Das ist eigentlich sehr gut. So. Spiel gespeichert. Und bauen wir hier noch. Dann müssen wir mal ein Lager hinbauen. Dann nennen sie es mal so. Dann bauen wir das hier mal ein bisschen getrennt. Dann bauen wir hier hinten ganz kleine Fabrik hin. So. Dann bauen wir das. Als erstes bauen wir das da hin. Registriere Energieknappheit. So baut man ein ganz kleines... Konflikt des Einmannsystem. Mal runter. Ich würde sie ja nicht belästigen, aber ich... Ich brauche wirklich ihre Hilfe. A... Arbeiter... Walter... Bittet sie um die Schiffe auf See mit... Häugeln zu beliefern. Wir haben die Schiffe ange... Hilfen, was brauchen wir denn? Mal da, wohin damit? Darunter. Und dann reichen wir mal die Fabriken... Die hier auf der Map sind. Sind. Ab. So. Und dann machen wir den... Dafür, dass das hier noch das ist. fehlt. Ja. Ich weiß, warum das das mache. Weil sich jemand fragt. Wie sieht es aus? Äh... Eisenerbvorkunft. Das passt. Das passt. Ja, ich wollte eine ganze Produ... Für uns... Nicht genug... Baumeistern. Wo ist denn mein Schiff hier unten? Haben Sie wirklich meine Bitte erhöht? Sie wissen gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Äh... Für die Erfolgabflüsse, wie er gemeint... Bedankt sich da war damit... Mit Füß und Ball... Ich muss unbedingt... Alles... Was ist... Was wir haben... Auf diese Insel erstmal liefern. Das wird... Klein Island. So... Wo ist denn? Registriere Energieknappheit. Die muss doch nicht an sein. Die muss aus sein. Ja, ist anderer. Die ganze Insel... Die... 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 Insel. so passt zum besser dann mal gucken was brauchen wir noch kohle besorgen wir uns über das war das nicht so ein paar lücken dorfen drin sein was anderes nicht gibt registriere energieknappheit registriere verschlechterung der ökobilanz das kann man weg muss gucken wie ich das hier bau verbesserung der ökobilanz und noch ein und dann machen wir den schluss mein eigener bauplan für das das auch noch alles zu machen was wir noch haben wir brauchen noch eine produktion für sich das war der neue ersatz für die hauptinsel da drüben wird die stadt mit diesen groß und hier kommt die industrieinsel hin ja dann sage ich mal noch mal unter lp 3 speisern und tschüss bis zum nächsten